Wir zeigen euch, wie man den MCPX und MCPX V2 korrekt in den Nicht-Computer-Modus, also für DX4 und DX5 bindet. Hierzu sollten wir erst sicherstellen, dass Batterien im Sender eingelegt sind, der Gastrem auf 0 steht und der Sender funktionsbereit ist. Um den Hubschrauber korrekt an den Sender zu binden, schließen wir zuerst den Flugakku an den Hubschrauber. Der Sender bleibt dabei noch aus. Der Hubschrauber beginnt zu blinken und signalisiert so die Bindebereitschaft. Jetzt können wir uns dem Sender zuwenden. Um den Hubschrauber anzubinden, drücken wir den Bindeknopf und schalten den Sender ein. Wenn die LED zweimal geblinkt hat, legen wir den Gashebel nach links. Ich demonstriere das mal. Dann den Bindeknopf loslassen. Der Hubschrauber wird sich jetzt demnächst an den Sender binden und dies durch leise Summen bekannt geben. Um zu kontrollieren, ob sich der Hubschrauber auch wirklich im Nicht-Computer-Modus befindet, können wir den Bindeschalter erneut drücken. Die LED wird dann in einem Dreier-Takt blinken. Jetzt ist der Hubschrauber korrekt im Nicht-Computer-Modus gebunden. Jetzt können wir den Akku abziehen, denn dieses Prozedere ist nicht zu wiederholen. Der Hubschrauber bleibt jetzt gebunden und bleibt in der korrekten Einstellung. Wir können ihn also jetzt einfach in Betrieb nehmen. Hubschrauber ist gebunden und betriebsbereit. Er befindet sich jetzt im korrekten Modus und kann geflogen werden.